Yo Leute, willkommen zum Best of Fall Guys Ultimate Knockout Nummer 5. Go! Oh, fick dich. Das Spiel will mich heute ärgern. Ganz vorne bin ich. Okay. So, ich muss jetzt auf... Ich muss darauf achten, nicht zu springen, wenn gerade eine Frucht da... Ja, okay, jetzt. Schwein gehabt. Nein, schubst mich doch nicht vom Rand. Oh, das war knapp. Mann, die, die da nach hinten gerollt werden, die blockieren mich dann. Nein, verpisst euch. Ey, jetzt. Ich bin wieder raus, Alter. Ich kann kotzen. Doch, ich bin raus. Schaffe ich nicht mehr. Acht Stück noch. 11. Ach ja, jetzt hat mich noch der Stamm erwischt. Ohne Witz. Stell dir das mal vor, der Schwanzträger quittet einfach, weil ihm die anderen zu sehr auf die Pelle rücken und er weiß, er verliert gleich. Was passiert dann? Kriegt irgendein Random-Typ den Schwanz? Das würde mich mal interessieren. Ey, das würde mich auch... Okay, das würde ich jetzt gerne auch mal wissen. Das müssten wir eigentlich mal ausprobieren. Ohne Scheiß. Wenn wir dann zu zweit in diesem Final-Modus sind, dann werde ich absichtlich quitten, um zu gucken, ob du dann den Schweif kriegst. Oder ob dann einfach keiner einen Schweif kriegen kann. Stell dir mal vor, man verlässt mit dem Schweif die Map und keiner kann die Krone kriegen. Boah, wie assig wäre das denn? Oder du hast dann den versteckten Schweif... Schweif-Skin, weißt du? Du hast dann immer den Schweif angezeigt. Ach so. Stimmt. Das wäre krass. So eine Art Bug, dann behältst du den für immer und ewig. Genau. Der geht dann schnell weg. Boah, stell dir das mal vor. Stell dir das mal vor, dann hast du diesen Bug und du hast den Schweif die ganze Zeit am Hintern und dann spielst du die anderen Schweif-Spiele. Und die Leute packen dich die ganze Zeit. Warum kriege ich seinen Schweif nicht? Ja. Alter, ey. Ob die Entwickler daran gedacht haben? Ja, das Problem ist, es macht ja keiner. Ja, ja, natürlich. Kein normaler Mensch würde auf die Idee kommen, das zu machen. Das ist klar. Aber, ne, von der Türkei her... Das müssten wir eigentlich mal ausprobieren und dann könntest du das sogar noch mit ins YouTube-Video schneiden. Wir müssen meist ins Schweif-Spiel kommen. Auf jeden Fall. So Mythbusters in Fall Guys. Genau. Aber das ist eine gute Frage. Was passiert, wenn der den Schwanz hat, direkt am Anfang gewittelt? Ja. Rennen dann alle ohne Schwanz rum? Alter, das wäre so assi. Das wäre so assi. Ne, man selber kriegt natürlich die Krone nicht, aber kein anderer kann sie dann noch kriegen. Ey, ich frage mich echt, ob die Entwickler da so weit vorausgedacht haben und für den Fall auch noch was programmiert haben. Alter, ey. Ey, stimmt, das müssen... Ey, ich hoffe, wir kommen jetzt ins Finale mit so wenigen... Das wäre super. Ich will das jetzt wissen. Ja. Jetzt hast du mich gekriegt, dass ich weiter spiele. Ich stelle die richtigen Fragen, ne? Ja. Du lockst. Ob die wirklich dann dran gedacht haben, dass jemand anderes den Schweif kriegt? Kann ich mir irgendwie kaum vorstellen, dass sie dran gedacht haben, aber ich würde es sehr gerne ausprobieren. Ohne Witz. Da würde ich es dann auch wirklich in Kauf nehmen, die Krone nicht zu kriegen. Das wäre mir egal. Der Fakt, den keine Sau interessiert, aber sobald die Frage einmal gestellt wurde, dann ist das... Das ist jetzt eben. Ja, dann wird es einen nachts wachhalten. Ja, ich bin heute Morgen früh um sechs immer noch am rumgröbeln. Was? Ey, fuck, helf mir, helf mir, der will mich runterwerfen. Ich sehe nichts. Oh, da... Oh, dieser Wichser, alter. Dieser blöde Hurensohn. Ah, ich kann nichts machen. Ah, Arschloch. Okay, egal, jetzt muss ich mit ihm. Bitte Melone, Apfel, wo ist Banane? Ich habe keine Ahnung, ich laufe der Masse hinterher. Oh, Gott sei Dank. Ich hoffe, dieser Wichser ist runtergefallen. Ich habe es gesehen. So eine Bastard-Ananas war das, ne? Ja, dieser kleine Hurensohn, alter, die ganze Zeit. Egal, ich bin nicht rausgeflogen. Bergspitze, okay. Zwölfstück, ey. Das ist hart. Oh Mann, bin ich etwa ganz hinten? Ich glaube, ich bin ganz hinten. Ja, ich glaube, du bist ganz hinten. Ich glaube, ich bin vorne rechts. Wenn ich mich nicht täusche. Ja, ne, du bist mit dahinten. Oh Gott, ey. Lol, wie die Ananas einfach so doof an der Säule kleben blieb. Oh, weil jeder den Weg aber auch kennt, gell? Ja. Oh nein, Böse, 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 Böse. Oha! Ey, wie die... Ach, guck mal, wie der ganz vorne ist. Oh Gott, ey, die Böse. Och Mann, wieso hat der mich denn jetzt erwischt? Also, man kann da mal kommen. Ja, ich bin so weit hinten. Nimm ihn. Hol's dir. Okay. Ach, du hast es auch noch geschafft. Leck mich doch, ey. Ja, das Glück ist in deiner Hand. Ich glaube, ich gebe dir echt mal meine Account-Daten, du. Und dann sage ich, hier in der Woche hast du es geschafft. Ansonsten lösche ich dich. Oh Mann, ihr Luschen. No, wüsst! Das war eindeutig ich, ey. Oh, Goldner. Bam. Und noch einer. Und jetzt Wut. Goldner. Wow, 72 Punkte, das ist das Rekord. Bam! Gold-Medaille. Ja, ich hatte noch nie 72 Punkte. Bei mir ist es sogar einmal so gewesen, dass in diesem Modus dreimal Verlängerung kam. Dreimal. Weil die letzten beiden platzierten Teams die gleiche Punktzahl hatten. Krass. Das hatte ich auch noch nie erlebt, ey. Weggehext. Okay. Für mich ist es immer noch Bienenwaben. Ja. Oh Mann. Mittlerweile bin ich, glaube ich, in so ziemlich jedem anderen Final-Modus besser als hier. Ja, deswegen gewinnst du jetzt auch. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wie ich eigentlich hätte runterfliegen müssen. Verpiss dich, verpiss dich. Oh. Oh, hast du mich schubst. Na, nicht wirklich. Er ist einfach nur scheiße gesprungen. Oh Gott. Von mir warst du nicht. Nein, nein, nein. Come the fuck on. Ja, Mann. Das ist so assig. Ich mach alles in der Mitte weg. Können die Bastarde da schön durchrasen. Ja, da ist einer hinter mir schön durchgeflogen. So wie es sein soll. Alles geplant hier. Ist unter dir gelb? Ja. Ja. Ich glaube, du bist mit dem da oben am höchsten. Nee, ich glaube, über dir ist noch einer. Ja. Hoffentlich kommt er nicht auf meine Seite. Nee, der hat oben noch ganz schön viel. Wenn wirklich einer oben ist. Warte, es ist keiner mehr auf lila. Ja, hier oben ist noch... Ach nee, das bist du. Nee, du bist ganz oben. Du gewinnst. Wie ich es gesagt habe. Ja, es sei denn, ich verkacke gleich den Span. Oh, der ist runtergefallen. Hätte noch zwei da. Da ist ganz unten. Oh, nee. Da ist noch einer über dir. Ich bleib lieber hier. Ja, da ist noch einer auf blau über dir. Blau und dann kommt lila. Shit. Das könnte ein langes Finale geben. Je nachdem, wie er fällt. Wenn er schön, geil, ungünstig fällt. Ja, er fällt, tut er. Oh, sehr gut. Jetzt hast du noch unten den. Du hast mehr. Du hast definitiv, wenn du die Sprünge hier schaffst, mehr. Er hat noch eine... Noch eins. Jetzt fällt er. Ja. Hast du aber Glück, du. Ja. Hast du immer Glück. Wie immer. Ohne Scheiß. Je mehr Spiele ich gewinne, desto lauter höre ich. Man kann über die Saw-Serie sagen, was man möchte. Aber dieser Soundtrack ist ultra episch. Und John Kramer als Jigsaw ist auch großartig. Ich finde die Serie ganz geil. Ja. Der Schauspieler heißt ja Tobin Bell oder wie heißt der? Ja, weiß ich nicht. Schauspieler, keine Ahnung. Nicht eine Niete. Aber wie du schon sagst, all dieses A-Generals-Zor ist eine übelst geile Reihe. Ich mag sie auch sehr, auch wenn sie an einigen Stellen zugegebenermaßen auch recht widersprüchlich ist und kann ins Lächerliche gezogen werden, wegen den ganzen Twists im Laufe der Serie. Und ja, ich habe Jigsaw auch die ganze Zeit übergeholfen und so. Kann durchaus, aber trotzdem sind sie unterhaltsam, finde ich. Ich finde, das ist immer so eine geile Filmreihe, die man sich auch mit mehreren Kumpels zusammen, meinetwegen auch mit Alkohol, kann man schön Marathon starten an Halloween. Ja. Da ist auf jeden Fall Spaß. Oh, okay. Oh, ich würde noch so von der Krupp. Oh nein. Oh nein, oh nee, nee. Oh, ich muss nach vorne, ich muss nach vorne, sonst bereue ich es. Ja, ich bin vorne, aber manchmal bringt das ein. Oh Gott. Hört auf, hört auf, hört auf, hört auf. Hört auf. Nein, 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 nein. Hört auf, hört auf, bitte hört auf. Bitte hört auf. Oh, halt auf. Nein, hört auf, hört auf. Oh Gott. Wie ich noch an der Brand geblieben bin. Scheiße. Warst du noch obendrauf oder noch an der Luft halb und fast raus? Nee, nee, ich war noch obendrauf, aber ganz, ganz knapp. Geil, schon der erste raus. Wie geht das denn bei der ersten Plattform? Schon einer raus. Alter, die fallen jetzt wieder so unfassbar praktisch, die Plattformen. Oh nein, oh nein, dass wir alle dann zusammen gestapelt sind. Wir werden wahrscheinlich alle gleich auf zwei nebeneinander stehenden Plattformen sein, so wie es ausschaut. Nein, nein, nein. Was? 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 Wie hast du das denn gemacht? Kim, ich wurde nach vorne gestoßen. Jetzt sind nur noch fünf Leute übrig. Nein. Was? Was? Oh, scheiße. Wie bin ich denn jetzt? Warum ist er denn jetzt nicht gesprungen, Herr Wix? Ich hab's jetzt nicht gesehen. Ach, jetzt sind nur noch die Taube und der Superheld übrig. Ha! Alter. Die sind jetzt beide gleichzeitig erwischt worden, aber die Taube ist, glaube ich, langsamer. Ja, die Taube hat gewonnen. Die Taube ist einfach nur ein bisschen langsamer runtergeflogen und hat gewonnen. Warum kann das Spiel mich so hassen? Elf. Okay. Finale. Chance auf Finale, ja. Ich sag Kronenrun und du gewinnst. Also meinst du Bergklettern? Ja, ich sag mal Kronenrun. Ich tippe Hexagon. Weggehext. Abschweifen. Abschweifen. Mit elf Leuten? Das ist nicht wahr jetzt. Oh, schade. Ich dachte, das wäre das Finale Abschweifen. Normalerweise ist es mit so vielen wenigen Leuten. Seid ihr besoffen? Boah, Alter. Das darf jetzt nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Und danach kommt Safe Abschweifen. Ja, ey. Ultimative Abfuck. Zwei Schweifenmodi hintereinander. Und der hat mir nämlich wieder geklaut, der Drecksack. Servus. Ha, 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 ha. Geil. Einfach den Leuten entgegenlaufen. Das Gute ist, jetzt kann man sich besser hier oben bei den Plattformen darauf konzentrieren, nicht zu einem Typen zu springen, der keinen Schweif hat. Das ist so der einzige Vorteil, wenn so wenige Leute gerade im Modus sind. Noch acht Sekunden. Boah, jetzt werde ich Bein heruntergefallen. Vier Sekunden. Drei Sekunden. Oh, der Affe, Vorsicht. Drei, eins. Nice. Geschafft. Sehr schön. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, was kommt. Jetzt kommt Kronenrun. Ey, mit so wenigen Leuten eigentlich. Jetzt kommt Fußball. Drei gegen drei. Boah. Fünf Wochen Glück haben, kommt jetzt der Schweifrennen. Das könnte jetzt sein. Okay, egal, wer den Schwanz hat, wir quitten. Bitte, bitte Schwanz, bitte Schwanz. Scheiße, Scheiße. Ernstens, ernstens. Oh, es wäre so gut mit dem Witz. Eigentlich schon. Mit so wenigen Leuten hätte der Modus kommen müssen. Ja. Ah, Mann. Ah ja, der hinten bei dem. Gut, 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 gut. Oh, der schafft es nicht. Oh, nee, der ist raus. Der ist raus. Safe, raus. Okay, die letzte Blaue ist jetzt da. Ich bin auch raus. Nein. Nein, 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 nein. Zu früh gesprungen. Ich bin auch raus. Fuuuuck. Ja. Nein, zu früh, zu früh, zu früh. Gott, im Himmel, warum springe ich immer so früh? Warum? Du Bastard. Alter. Wieso konzentrieren sie sich so krass auf mich? Wir wissen, die haben geguckt gerade. Status. Platin-Trophäen. Der hat Platin. Den tun wir ein bisschen abfacken. Ja, klar. Gucken sie so nebenbei auf ihrem zweiten Gamer-Bildschirm die ganzen Statuswerte von den Leuten, die mit ihnen in der Lobby sind. Nebenbei wird noch schon IP-Adresse herausgefunden, Internet abgeschaltet. Oh. Sprungprobe wieder. Yay. Meine Dekade der zu frühen Sprünge. Das könnte knapp werden. Könnte knapp werden. Nein, nein, nein. Oh Gott, wir haben es geschafft. Ja, wir beide. Nice. Ich habe gedacht, wir tun uns gegenseitig runter. Nein, nein, nein. Bastard. Nein. Wollt mich scrabben. Aber ich habe es noch geschafft. Lol. Beide geschafft. Sehr gut, sehr gut. Halt den mal fest und fliegt halt mit dem runter. Warte, warte. Scheiße, der ist in den Assault jetzt. Nein. Ich habe es versucht. Ja, ist nicht schlimm. Oh, jetzt wird richtig, oh. Jetzt wird richtig gegrabt. Oh. Oha. Nice, Alter. Okay. Nice. Nice. Nice, nice, nice. Sehr gut. Boah. Alter, wie der. Ganz nach hinten. Der wurde jetzt richtig mitgenommen. Ja. Genau. Nein, 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 nein. Okay, okay. Lauf, 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 lauf. Lauf, lauf, lauf. Lauf. Okay. Oh Gott. Du machst das spannend. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, 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 nein. Der ist hängen geblieben. Da wäre es gewesen. Oh nein. Der ist hängen geblieben. Und hier kann ich noch ein paar Finalrunden präsentieren, an denen ich teilnahm, während ich alleine gespielt habe. Oh Gott. Oh Gott. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und diese kurze Stille danach Ich dachte mir, oh Gott, jetzt werden die Waffen hochgefahren Was ich auch ganz nett finden würde, wären so Sachen wie Pyramid Head oder Jigsaw Maske Oder halt so kindlich gemacht, dass es nicht mehr so gruselig aussieht Weil ich habe Pyramid Head schon als Charakter in Bomberman gesehen und das ist ja auch ein Kinderspiel Von daher, wenn die da schon solche Charaktere einbauen können Und das krasse ist, die Siegerposition von Pyramid Head ist, wie er sich mit seinem eigenen Schwert in den Kopf sticht Was fürs Kind, was fürs Kind Das goldene Ei da rum Kennst du das, wenn die da seitlich stehen und andere springen mit auf die Plattform und fallen durch? Ja 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 Oha Respekt Oh, Respekt Alter, Alter Der hat sich jetzt recht gut getraut Respekt Oh nein Riko Nein, jetzt wurde es enthüllt, das gibt es nicht Ja Ich bin raus Ach nein Irgendwie bei dem Hexagon Finale Oder Bienenwaben, wie du so gern sagst Da bin ich, habe in letzter Zeit nur rausgeflogen Ich habe da nicht, in letzter Zeit nicht eine Runde gewonnen in dem Finale Ich kriege diesen scheiß Run hier nicht mehr hin Bei Hexagon wurden Gegner ziemlich gut, die Wo in allen unseren Plattformen irgendwie, die machen die so richtig eckerhaft Ja, aber dann ist es auch teilweise so, dass du Wenn, äh, dass die dich so austricksen Du bist mit denen in einem Bereich Und dann outrunnen sie dich komplett Und dann fällst du gleich drei, äh, Ebenen auf einmal runter Boah Ach, guck mal, wie der vorne ist, natürlich Nicht mehr lang Dass du da durchschränkst, dass du das schaffst Ich muss immer rechts entlang, sonst schaffen wir es nicht Nein, nein Ah, zu früh, viel zu früh Boah, ja, das ist zu früh Ja, das, äh, ich war nervös, weil zwei hinter mir waren Naja Egal Komm schon, bitte kriege ich den Hammer Dass der nicht noch komplett nach vorne klatscht Oha, Isar Pro-Modus Wurde der komplett vor, oder was? Ja Hat die, hat, hat die kompletten Platten geskippt Ah, verdammt Oh, elf Das könnte ein Finale geben jetzt Könnte sein, ja Das kommt wieder Zehenspitzen Naja Tipptüm Ich sag Oh, jetzt werd ich wieder so Wann den Jetzt werd ich jetzt Alle Augen wieder auf mich So Alter, hab ich in unserem Server getrennt? Natürlich Der Spiel denkt dich Natürlich Bei dir auf? Riccardo ist im Finale Kann ich nicht zulassen Ja Ah, scheiße Diese Dreck-Server Verbindungs, äh, Verbindungsstabilität auf den Playstation 4 Servern wurden verbessert, hm? Was gleich hier ist nicht dabei Brechen wir mal ab Und an dieser Stelle ist das Best-Of dann auch schon wieder vorbei Alles klar, Leute Dann an dieser Stelle vielen lieben Dank fürs Zusehen Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal Ciao, ciao!